Hallo zusammen. Wie ihr von den anderen Jungs die letzten Tage ja immer schon erfahren habt, trifft uns die Ausgangsbeschränkung genauso wie jeden von euch. Deshalb verbringen wir natürlich unsere Zeit aktuell auch zu Hause. Glücklicherweise ist es ja so, dass wir noch raus dürfen und somit können wir zum Glück, weil wir es auch alleine machen müssen, unser Heimprogramm zumindest absolvieren, um einfach fit zu bleiben, dass wir danach wieder richtig Gas geben können. Nichtsdestotrotz halten wir uns natürlich an die Vorgaben der Regierung und hoffen, dass sich einfach alle daran halten, denn nur gemeinsam können wir schauen, dass wir ganz schnell wieder in den Alltag zurückkommen können und das ist glaube ich das Ziel von jedem Einzelnen. Deswegen bleibt gesund und gemeinsam gegen Corona.